der drum ist empty genau machst du es jetzt doch machst du das nicht warum okay sei so weit als hergestellt der ärgert mich grad warum macht er das nicht hier fluid enrich tank or cell ich habe eine wasserzelle drin oder oder muss ich das wasser wirklich erst in den tank reinschmeißen irgendwie wie kriege ich das wasser in den tank weil so macht das nicht macht das darüber ja so den tank an der angeschlossen gar nicht weil ich wasserzellen in der hand habe viel self from tank genau will aber auch nicht kennen oder sowas ich will drain from cell ich mache es jetzt einfach mal ich brauche ein paar über updates da soll er mir den tank füllen jetzt hat es da drüben 1000 mb drinnen genau aber aber will das ja eigentlich auf der anderen seite weil da ist ja das fertige produkt dann aber ich mache das jetzt mal warte mal wir brauchen ein paar updates vielleicht nicht so viel energie speicher okay und jetzt hat geht es natürlich nicht weil ich wasser auf der linken seite brauche ich kann es auch nicht einfach reinschmeißen wie kriege ich das wasser auf die linke seite raus probiere jetzt einfach mal was weil ich kann es auch damit nicht auffüllen oder sowas passiert nicht kann ich nicht auffüllen boah das war damals schon jetzt brauche ich eine wooden pipe wooden pipes verbinden sich ja damit okay so einfach nur zum testen ja du hast recht vielleicht bin ich gerade ein bisschen genervt weil es schon wieder nicht einfach so klappen will wie es wie es mir wünsche so fluid pipe warte nehmen wir einfach ein redstone engine redstone fackel ist ja scheißegal zack vielleicht bin ich gerade deswegen ein bisschen genervt weil es gar nicht klappt ich bin mir gerade sogar ziemlich sicher dass ich gerade deswegen genervt bin so redstone fackel pang pumpt der passiert was ja der tank ja der pumpt hier weg und wo geht es hier rein hier geht es auf der richtigen seite rein geil ok funktioniert da könntest du unbedingt im lauf das sagst du mir ein flottansponsor ja ja aber jetzt habe ich über die canning machine ist ja auch egal eigentlich hätte ich auch ein tank hinschmeißen wir bauen das eck noch mal neu das gehen wir kurz weg nein ok das eine ist gerade kaputt gegangen das andere nicht so jetzt müssen wir nur schauen dass wir irgendwie wasser hier reingepumpt bekommen ja das ist kein thema da mache ich mir mal kein kopf weil wasser kriegen wir ganz einfach her die mal kurz weg wettercollector ja wettercollector brauchen wir nicht wir nehmen deine drum und schmeißen sie voll wir nehmen den wettercollector bauen den tank runter und dann kann das außen tank direkt reinpumpen ja können wir könnten wir machen aber ich nehme ich bin jetzt mal ich nehme jetzt eine faule art und war art und weiß jetzt mal schnell wir nehmen deinen tank weil wir später andere flüssigkeiten brauchen achso genau ein eine canning machine ist kaputt gegangen leider jetzt muss ich deinen tank einmal da oben ran klatschen und äh die wooden fluid pipe daran okay ähm und das flüssige müssen wir brauchen müssen wir rausziehen eigentlich auch das flüssige müssen wir auch wieder rausziehen ich weiß aber jetzt nicht ob das in den tank geht aber ich denke schon kannst du mir noch so eine barrel machen bitte den tank nochmal ja genau und fasst halt redstone packel einfach eine und ein motor ich hoffe das funktioniert die scheiß wasserzellen brauche ich jetzt weil ich kann die barrel damit auffüllen oder? müsste ich doch auffüllen komm ich kann die barrel damit auffüllen doch ich kann die barrel damit auffüllen ich glaube die zellen gehen dabei kaputt aber das ist egal ja die zellen gehen dabei kaputt so wenn die einmal leer sind sind sie leer so filmen wir es wieder auf ok wunderbar zack basic machine case ist leider kaputt gegangen äh noch eine fluid pipe äh ich brauche jetzt stahl haben wir inductionsmelder oder sowas da ja klar das geht auch über den inductionsmelder da hinten über den rf haben wir doch rausgefunden gehabt pure iron dust so coal dust ähm ok jetzt brauche ich hier hinten eigentlich nur noch die zwei redstone dinge und ne redstone fackel drunter ende aus zack 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 wasser wird reingesaugt hier kriegt er dann sein strom äh sein sein ding wir müssen auf den modus gehen und hier redstone fackeln drunter zack zack Energie braucht das ding vielleicht auch noch ein bisschen aber nur vielleicht da legen wir einfach oben rum ach nein es fehlt eine ein glasfasserkabel oder chris glasfasserkabel 1 ich mache so selten was mit der canning machine daher ja ich lasse jetzt mal ein stack stahl durchlaufen stahl stimmt da stellen wir an sich sehr wenig her so 8 upgrades rein 16 energiespeicher fertig gar nicht lang rumgetan du hast das ding ist so schnell aufgefüllt das worm ich habe noch die cells gehabt da ist nicht viel drin wir müssen die dann später an den beta collector herhängen sag mal komm wir das ding nicht auch holen beschleunigen dort hinten ne rf nein zumindest nicht dass ich wüsste nein denke ich nicht so jetzt hat müssen wir aber mal jetzt müsste es doch eigentlich funktionieren wenn ich jetzt hier das reinschmeiß muss ich cf powder kriegen und es wird abgepumpt ok es wird abgepumpt und ich krieg cf powder raus es ist geil fett mir grad was liegt denn im me system was die drum ne ne der rest für den teil die drum mache ich gerade erst achso die drum müssen wir dann da oben hin platzieren wenn es in die drum füllt also bei mir im stream nicht achso ja so wenn es in die drum füllt wenn es in die drum füllt ich hab noch 6 wasserzellen kann ich auch mal schnell noch reinschmeißen zack 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 auch weg so ich schmeiß in der zeit aber nochmal cobblestone hinten in das ding rein koppel so ne drum hab ich wunderbar die müsstest du jetzt eigentlich da oben drauf platzieren das müsste doch müsste doch reingehen oder hoff ich mal genau ja und äh bummts rein genau ich tue jetzt nochmal ein bisschen äh ding herstellen ja bummts rein und das ist gut jetzt haben wir cf äh form construction form genau genau und dieses construction form müssen wir dann in die cf ding rein tun und dann muss ich äh ein iron scuffer bauen und der iron scuffer ist mit äh stromzäunen und eisenplatten äh mit eisenzäunen und eisenplatten das heißt ich muss da unten mal kurz äh scuff genau den da brauchen wir den brauchen wir dafür brauchen wir eisenzäune mhm da brauche ich wohl einen cf powder und wir müssen ein oh wir haben sogar noch eisenplatten äh platten ja ja ich weiß da haben wir äh die müssen wir ext warte mal kurz äh nee item cases müssen wir extruden das heißt wir müssen erstmal auf rolling nochmal item iron cases machen können wir einen eisenzaun machen ich hab grad miss meloni drin in meinem coil alter das ist so geil das schmeckt mir so geil ich nuckel eigentlich den ganzen Tag dran haben wir eisenzäune ja ich soll schon mal für stahl vor so äh wir haben keinen cf powder mehr ich weiß das muss ich gleich herstellen aber ich mach jetzt schnell die iron fences so so jetzt mach ich mal die iron fences da rein jetzt kann man hier zack peng 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 jetzt hab ich mal drei stacks iron scuffers gemacht so ich geh äh ich bin hab grad in der äh thermal zentrifuge gerade stonedust hergestellt hey stonedust den brauche ich jetzt ähm hier dann muss ich jetzt wieder cf suchen cf 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 und zwar cf powder peng peng nochmal 21 ok addstart würde ich aber mal gerne gucken und zwar ich glaub da ein hebel wär nicht schlecht machen wir mal die redstone fackel aus weil ich will nicht dass da das was äh wasser nicht komplett zuläuft was soll da halt nicht zu viel wasser drin sein das ist natürlich voller ja ja aber ich muss ja auf die seite dann das cr wo soll man eigentlich die redstone fackel hören die c- äh das richtig hinten dran ok die drum braucht noch ein bissle ja wir brauchen aber nicht zu viel ich muss ein bisschen vorsichtig sein weil das cf powder äh weil ich brauch das cf powder dann wieder auf der anderen seite ok so zur not haben wir ein cf powder übrig was auch nicht so tragisch war ist auch nicht so tragisch wer war was er drum ach komm die drei vielleicht schon drum so scheiß auf die eine da zack so weiterlaufen wir hätten es auch umdrehen können mit der wrench das weiß ich so äh scheiß auf die paar ok jetzt müssen wir die die drum hier rüber stellen brauchen eine wrench brauche ich schnell die wrench muss damit ich das umdrehe ok damit ich das umdrehen kann jetzt müsste hier genau construction form reinlaufen und jetzt muss ich auf den canning modus gehen muss mein cf sprayer oben reinlegen und ich kann ihn nicht oben reinlegen warum kann ich mein cf sprayer nicht oben reinlegen warum kann ich jetzt den cf sprayer oben nicht reinlegen keine ahnung ich versuch's hier drüben im crafting rezept steht's drin dass ich den jetzt da oben reinlege und es funktioniert ich mach haben wir noch zellen probier's mal mit einer zelle zell vielleicht nicht jetzt haben wir nur acht ich schmeiß mal acht zellen rein ob ich den cf sprayer vielleicht mit einer zelle aufladen kann geht auch nicht geht auch nicht ah ich habe ihn aufgeladen war falsch angezeigt das da drüben ist falsch dann ja das ist 8000 megabyte genau ich glaube der ist aber auch voll ich kann ihn nicht nochmal oben reinlegen ups jetzt muss ich so ein mit das ding damit besprühen zack rainforce construction form ui rainforce rheinforce stone ist made by construction forming with a cf sprayer ja onto iron scaphorn you lose the scaphorn when you use the conduction form slowly hardens around the scaphorn it turns rainforce stone wir hätten es erstmal trocknen müssen also nochmal ist kein thema jetzt haben wir es ja this produce can be speed up by right clicking on the scaphorn with a sandblock wir brauchen mehr ich würde es lieber draußen aufbauen was dann ich habe sogar noch ich habe sogar noch ein bisschen übrig ich kann dann reinlegen und 8000 ok 8000 ist voll so warte mal also wir müssen es doch hier trocknen lassen wir müssen es doch hier trocknen lassen wir können es aber beschleunigen mit sand mit sand hey cool das streaming klasse in vorderdorf vielleicht neee danke mhm zack mit wenn man mit einem sandblock rechtsklick drauf macht ich würde das vielleicht ab sofort immer echt mal ein bisschen länger durchlesen ähm ok es geht schnell wow wir müssen das jetzt noch alles danke für den follow aber auto hosting mache ich nur die leute die ich auch wirklich kenne und selbst unterstützen möchte ähm wenn jemand unbekanntes halt im chat kommt und sagt hey ich mache das dann ist das halt nicht das schöne macht kennt man den halt nicht ok also ich habe keinen Sand mehr also wir haben noch ein bisschen cf mäßig übrig wir könnten noch ein paar machen jetzt darfst du erstmal abbauen äh ist wie Opsi zum abbauen goll das müsste aber reichen ich geh mal schnell raus und äh tu deine Wasserflasche äh deine Wasserflasche deine äh water drum wieder auffüllen ähm dann hat die auch mal wieder ein bisschen Füllung blöde Skelett lass mich in Ruhe ich habe jetzt keine Z für dich peng ok tschüss so blöde Skelett tot ähm ich habe übrigens immer noch Level 76 es geht kaum runter durch die Benutzung von dieses Fahrstuhls darfst du mich da einfach mit dem Mininglaser drauf schießen ich habe zu viel Angst dass der Rest kaputt geht oh god dauert das lang aber gut wir haben ne äh wir haben Ding ich glaube mit dem Mininglaser wirst du nicht mal so viel ausrichten wenn ich dir jetzt sag der Mininglaser ist einfach an dem warte ach da ist noch unten gar kein Teleporter das macht dann schon nachher ... für